Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ihr so viele Kommentare zum Fall von Martin Bach abgegeben habt, denn ja, der Fall ist ja wirklich sehr mysteriös, was mit ihm passiert sein könnte und ich hoffe, dass wir da irgendwann nochmal eine Aufklärung bekommen, denn es ist ja immer doch gerade in vermissten Fällen sehr rätselhaft, was mit den Leuten passiert ist und wie immer dürft ihr natürlich gerne alle meiner Videos kommentieren, weil jeder Tastaturanschlag sagt Insolito, glaube ich, immer und so ist es auch wirklich. Jedes kleine Kommentar bringt einen Kanal natürlich zum Wachsen, das ist so, ne? Und ja, heute gibt es auch wieder ein Video für euch. Leider habe ich da nur wenig Bilder heute, beziehungsweise eigentlich gar keine wirklichen Bilder mit eingebaut. Die Bilder, die es dazu gibt, stelle ich heute mal auf Instagram ein und es gibt heute nur ein Titelbild, aber vielleicht möchtet ihr den Podcast ja trotzdem gerne hören. Der Fall ist nämlich leider auch schon relativ alt, 24 Jahre ungeklärt, aber ich hatte ihn bei den ganzen Aufnahmen, die ich von André bekommen habe, bei den ganzen Videos von Aktenzeichen XY bin ich auf diesen Fall aufmerksam geworden und dachte, ich stelle ihn euch aber trotzdem einmal vor. Und damit beginnen wir jetzt. Heute soll es nämlich um einen ungeklärten Mordfall, und zwar den Mord an Karin Holz-Katzer aus dem Jahr 1998 gehen. Karin, die 44-jährige Lufthansa-Angestellte und ihr Mann lebten seit 1995 in Frankfurt-Niederrath. Karin galt als eine selbstbewusste, weltoffene Frau, die in einer glücklichen Ehe lebte. Aber an diesem Feiertag, dem 13. April 1998, es war Ostermontag, hatte Karin etwas andere Pläne wie ihr Mann. Dieser schlief am Morgen nämlich noch länger, während Karin, so in Aktenzeichen XY dargestellt, schon einmal viel Hausarbeit verrichtet hatte. Eigentlich war nämlich abgemacht, dass die beiden das zusammen machen. Deswegen gab es wohl auch einen kleinen Streit, da Karin sich mehr Hilfe erhofft hatte an diesem Morgen. Sie wirkte auch etwas bedrückt, wird ihr Mann im Späteren sagen. Eigentlich wollte Karin zusammen mit ihrem Ehemann eine Radtour an diesem Tag machen. Jedoch wollte sie dann auf einmal alleine los, vielleicht auch wegen dem vorangegangenen Streit. Gegen 13.45 Uhr also verlässt sie die gemeinsame Wohnung in ihrer grünen Barborjacke. Ihr Mann ging davon aus, dass Karin sicher wieder in den angrenzenden Stadtwald geht, etwas spazieren. Aber sie hatte etwas andere Pläne, sie wollte nämlich in den Kronberger Stadtwald, wo sie erst mit Bus und U-Bahn und dann wohl noch eine kurze Strecke Bus bis zum Kronberger Stadtwald gefahren sein muss, obwohl sich da die Aussagen auch unterscheiden. Einmal unterbrach Karin ihre Fahrt auch in Niederursel, wo sie vermutlich in ein bekanntes Restaurant wollte, das jedoch am Ostermontag geschlossen hatte. Eine Zeugin will sie dort nämlich nahe der U-Bahn sicher gesehen haben. Manche Reportagen allerdings zeigen, weil das war jetzt damals aus XY, die zeigen, dass sie den Wald auch hätte komplett mit dem Bus erreichen können. Also wie sie da jetzt wirklich hinkam, auch Presseartikel unterscheiden sich da, spielt im Endeffekt wahrscheinlich auch keine Rolle, denn es kommt ja leider dann erst im Wald zu etwas Schlimmerem. Nämlich als sie im Kronberger Stadtwald dann angekommen ist, war es nicht ganz so einsam dort, aber aufgrund der Kälte damals im April war es wohl nicht so voll, wie es sonst gewesen wäre. Auch zwei Männer sah man im Wald alleine herumlaufen, auf die Spaziergänger wirkte zumindest einer davon sehr angsteinflößend. Trotz der klirrenden Kälte an diesem Tag haben doch ein paar Leute Karin Holz-Katzer im Kronberger Stadtwald gesehen. Um circa 16 Uhr erkundigt sie sich da auch nach dem Weg. Gegen 16.30 Uhr, beziehungsweise 17 Uhr, da gibt es auch unterschiedliche Aussagen in Berichten und auch bei Aktenzeichen XY sind da Abweichungen, hört eine Zeugin einen Schrei, aber sie dachte, das ist vielleicht Kindergeschrei oder ein Pärchen, was sich gerade streitet. Das war dann aber schon im Waldgebiet Falkenstein, wo Karin dann mittlerweile wohl hingegangen war. Aber es war wohl ziemlich sicher der Schrei von Karin Holz-Katzer, das letzte Lebenszeichen. Der Täter griff vermutlich von hinten an und bedrohte Karin mit einem Messer. Er wird sie wahrscheinlich hinten an der Kapuze gezogen haben. Später findet man nämlich ihre abgerissene Kapuze dort, blutgetränkt. Später wird man in der Pathologie feststellen, dass Karin sich erheblich gegen den Täter gewährt haben muss. Es wurden damals nämlich massive Abwehrspuren festgestellt. Der Täter zog Karin dann circa 100 Meter in den Wald und vergewaltigte sie. Spermaspuren wurden nämlich auch festgestellt. Ob sie bei dieser Vergewaltigung noch lebte, ist unklar. Später zählt man ganze 25 Messerstiche, auch in Kopf und Hals. Die Messerstiche müssen wohl dann natürlich auch wahrscheinlich todesursächlich gewesen sein. Jedenfalls ist sonst nichts anderes bekannt. Der Schrei, den die Zeugin hörte, war also das letzte Lebenszeichen, was Karin dann abgegeben hat. Als der Täter dann Karin ums Leben gebracht hatte, legte er nur ein paar Fichtenzweige über sie. 60 Meter vom Tatort, wo Karin also liegt, nimmt der Täter dann Karins Sachen, unter anderem Speicherkarte, Sonnenbrille, EC-Karte und entzündet daraus ein Feuer. Karins Kleidung muss der Täter mitgenommen haben. Ihren Hut, ihre schwarze Jeans, zwei Brillen-Etuis, eins davon von Porsche, ihr Schlüsselbund mit einem K-Buchstaben als Anhänger, daran aus Leder, auch Ausweise unter anderem von ihrer Arbeitsstelle fehlten. Hat der Täter diese nach der Tat entsorgt oder als Trophäe behalten? Als Karin nicht zurückkehrt, informiert der Ehemann die Polizei. Die Polizei suchte nach Karin, ihr Ehemann und Freunde sorgten sich und je mehr Wochen vergingen ohne ein Lebenszeichen, wurde die Hoffnung geringer, Karin noch Leben zu finden. Dann kam der 13. Mai 1998. Zwei Wanderinnen sind mit ihrem Hund unterwegs. Der Hund der beiden war in einem Waldstück gelaufen. Die beiden Frauen sehen eine Frauenleiche, nur wenig bedeckt im Wald liegend. Drei Wochen war Karin Holz-Katzer da schon vermisst. Die Polizei wird informiert, auch sie entdecken die Feuerstelle. Für den Ehemann und die Angehörigen ist die Ungewissheit vorbei. Aber für die Polizei fängt die Arbeit natürlich jetzt erst richtig an. Die ersten Ermittlungen liefen an. Sie suchten die Wege ab, nahmen Speichelproben vom Ehemann, Angehörigen und Bauarbeitern, die dort tätig waren. Verglichen sie dann mit der Erbinformation aus dem gefundenen Sperma. Die Beamten machen Luftaufnahmen vom Waldstück, suchten Zeugen. Waldarbeiter, Jogger, Spaziergänger wurden befragt, aber keinerlei Hinweise. Sie fragten auch in psychiatrischen Kliniken, denn die Polizei ist sich sicher, dass das kein Normalbürger war, die Tat sei Zeugnis von etwas. Auch die Medien kamen dann dazu und die Tageszeitungen berichteten. Sie berichteten von mehr als 1500 gefundenen Spuren und zeigten auch ein Phantombild, an das sich die wenigen Spaziergänger an dem kalten Ostermontag erinnern können. Sie wollen ja zwei Männer gesehen haben, wobei die Polizei davon ausgeht, dass es sich um einen denselben Täter handeln könnte, nur die Abweichungen in der Beschreibung vielleicht vorkommen könnten. Einer soll zumindest zwischen 40 bis 50 gewesen sein und unreine Haut gehabt haben und ein pockennarbiges Gesicht. Ich stelle euch das Phantombild mal bei Instagram ein. War das also Karins Mörder? Auch die Medien und Aktenzeichen XY konnten nicht helfen, den Mörder zu fassen. Mit Vehemenz versuchte die Polizei, den Fall aufzuklären. Für die Kripo war Karin damals leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Zufallsopfer. Es hätte vermutlich jede Frau, die dort alleine spazieren gegangen wäre, treffen können. 20 prall gefüllte Ordner von Karin Holz-Katzer füllen sich. 10.000 D-Mark Belohnung wurden ausgelobt. Die Ermittlungen führten sogar nach Stuttgart, Glasgow und die USA. Doch ein Ermittlungserfolg blieb leider aus. Auch der gefundene Computership, der nah am Tatort lag, weckte bei den Ermittlern erst Hoffnung, er könnte vom Täter sein. Nach einiger Zeit stellte sich aber raus, dass er Karin gehörte. Auch für den Ermittler Demmer, der mittlerweile im Ruhestand ist, blieb der Fall von Karin Holz-Katzer in bedrückender Erinnerung. Schließlich ist der Täter auch heute, 24 Jahre später, nicht gefunden. Er könnte oder hat vielleicht weitere Straftaten begangen. Als Demmer damals noch Ermittler war, hing in seinem Dienstzimmer die ganze Zeit ein Foto und das Plakat, bei dem man auf Zeugen nach der Tat hoffte und eben das Foto von Karin. Die Bilder waren für Demmer immer da, heute sowie damals zu Dienstzeiten. 1987 wurde übrigens auch Eva-Maria Nelke umgebracht, nur zwei Kilometer vom Tatort von Karin Holz-Katzer. Eva-Maria wurde mit einem Hammer erschlagen. Auch ihr Mörder läuft bis heute frei herum. Auch sie war ganz alleine in der Gegend unterwegs. Leider konnte ich nur kaum Informationen zu dem Fall finden, ob dort auch eine DNA-Spur zum Beispiel gefunden wurde. Aber da ein Kommissar in einem Kriminalreport-Beitrag noch mal geäußert hat, dass sie nicht wissen, ob es derselbe Täter war, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass man dann vom selben Täter ausgeht. Denn bei Karin fand sich ja eine DNA-Spur. Und dann hätte man das ja rucki-zucki abgleichen können, ob es derselbe gewesen ist. Es sei denn eben, dass bei Eva-Maria keine DNA gefunden werden konnte, dann kann es natürlich trotzdem derselbe Täter gewesen sein. Das waren auch, wie gesagt, meiner Meinung nach zwei Frauen, die alleine am falschen Ort gewesen sind, zur falschen Zeit. Und wie muss es auch jetzt dem Mann von Karin Holz-Katzer gehen, der eigentlich an dem Tag mit ihr eine Radtour plante und es vielleicht wegen diesem kleinen Streit alles anders kam und sie sich das anders überlegte und dann ermordet wurde. Ich glaube, mir würde es da richtig, richtig schlecht gehen. Ich könnte mir auch wirklich gut vorstellen, dass man sich da einfach ewig Vorwürfe macht, weshalb man nicht zusammen losgefahren ist und alles anders gekommen ist. Ich weiß, das macht die Tat ja nicht ungeschehen und man ist dann natürlich auch nicht für verantwortlich als Ehemann. Aber ich glaube, ja, man macht sich bestimmt im Späteren schon Gedanken darüber. Der Mordfall ist zwar auch schon 24 Jahre alt und der Täter wurde damals auf circa 40 geschätzt, aber trotzdem wollte ich euch den Fall vorstellen, denn der Täter könnte heute 60, 65, vielleicht auch 70 sein und noch leben. Die Chancen stehen zwar gering, sollte er nicht irgendwann in der Datenbank auftauchen, ihn zu finden, jedoch Mord verjährt ja nie und es wurden noch ganz andere Mordfälle nach so langer Zeit aufgeklärt. Die Hoffnung sollte man da, denke ich, nie verlieren und ich verstehe nicht, wie man über 20 Jahre mit solch einem Gewissen leben kann. Der Mörder von Frauke Liebs kann das ja auch schon seit 15 beziehungsweise ich glaube bald 16 Jahren oder viele andere Mörder nehmen ihre Taten mit ins Grab und ja, das ist einfach ein ganz anderes Denken, was diese Menschen wahrscheinlich haben, wie wir Normalbürger, das ist ja auch ganz klar. Aber wie man so lange Zeit einfach mit seinem Gewissen leben kann, das kann ich nicht verstehen. Ja, ihr Lieben, was sagt ihr zu dem Mordfall an? Karin Holz-Katzer, kanntet ihr den Fall überhaupt? Lasst mir doch gerne mal einen Kommentar dazu da und ich würde sagen, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia. allí фотографien she